Hallo meine Lieben, ich habe heute einen Action-Hall für euch. Es sind zwei Sachen aus Holland mit dabei und der Rest aus Deutschland. Wir waren vier Tage in Holland Urlaub machen und ich habe eigentlich gedacht, ich finde in den holländischen Action, ich fand zwei, die Clear Stamps mit Stanzen, aber leider, 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 nein, haben die glaube ich noch nicht den Vorgänger, sondern den Vorvorgänger gehabt. Und ja, ich zeige euch jetzt auf alle Fälle erstmal, was ich gekauft habe. Und zwar einmal diese hier, die habe ich hier gekauft, die kosten 99 Cent. Da habe ich einmal alle vier Motive gekauft und einmal dieses. Dann, das ist aus Holland, das gibt es leider bei uns nicht mehr, das kam 2,49. Das habe ich einmal geholt, das Beste kommt zum Schluss. Dann habe ich diese drei gekauft, das ist dieses Stoffklebeband, ca. 3,50 Meter drauf, kostet 59 Cent. Und das mit den Ananas fand ich ganz cool. Herzen und Punkte und dann gibt es natürlich noch, ich glaube so, vier oder fünf andere Motive. Also da sind immer relativ viele verschiedene, aber ich habe mich für die drei entschieden. Dann fehlten mir noch zwei Blöcke von dieser Sorte, beziehungsweise drei. Den ganzen in rosa habe ich diesmal nicht mitgenommen. Und den plättere ich mal schnell durch. Die kosten 1,99, die sind jetzt aktuell. Unsere Fiale hat es auch erreicht, ein Wesseling. So, einmal der und einmal dieser. Der ist so ein bisschen pastellig angehaucht. Steht auch da. Und, ja, so ein Kawai würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen süßer. Ja, Entschuldigung, da fehlten jetzt noch drei Seiten. So. Dann habe ich diese entdeckt. Für die Leute, die mit Gießharz arbeiten. Und zwar sind das jetzt Herzen, die jetzt glänzend sind und hat 52 Cent gekostet. Gibt es noch ein paar mehr Motive? Ich habe die jetzt mal mitgenommen, weil ich Seife selber machen möchte. Und habe gedacht, das probiere ich mal mit denen hier aus. Dann gibt es momentan, die habe ich bei uns gekauft. Die hatte ich in Holland gekauft. Zu Sommerschlussverkauf. Und zwar gibt es ganz viele verschiedene Teile für 1,99. Ob für Damen, Kinder oder Herren. Und ganz viele Sachen für 99 Cent. Da habe ich diese zwei Sets mitgenommen. Und die haben 99 Cent gekostet. Gibt aber auch Herren-T-Shirts für 99 Cent, habe ich gesehen. Und ich weiß gar nicht, was noch. Aber es gibt ganz viele verschiedene, ob für Damen, Herren oder Kinder, Sachen für 1,99, 2,99 oder 99 Cent. Augen aufheißen. Den habe ich noch nicht, der fehlte mir noch. Das ist die Nummer 2. Das sind die kleinen Blöcke für 59 Cent. Den habe ich jetzt in Holland gefunden. Da habe ich den jetzt mitgenommen. Ist genauso teuer wie bei uns. Und fast zu guter Letzt. Es gibt neue Twinmarker-Boxen. Im Ganzen vier Stück. Ich habe mich nur für diese entschieden. Das hier ist eine 0. Da ist genau das Loch drauf. Und zwar, wenn man sich die Boxen genauer anguckt, sind bei drei der Boxen, die es noch gibt, jeweils einen Stift, bei dem man noch nicht hat. Wenn man diese 12er-Boxen vorher gekauft hat und diese, es gab ja einmal drei Stück, sechs verschiedene. Und dann später gab es nochmal mit neun Farben drei Stück, sechs verschiedene, also jeweils 18 Stück, also nochmal 36. Und wenn man diese alle hat, mit diesen 48 von den anderen, dann, ich glaube, ist nur diese Box lohnenswert, beziehungsweise vorteilhaft, weil da sind sechs Stifte drin, die man noch nicht hat. Die anderen, ja, bei den anderen Boxen ist jeweils nur ein Stift bei, den man nicht hat. Ob man die dann braucht oder nicht, das ist, glaube ich, jeden dann selber überlassen. Genau. Und ich habe die jetzt mitgenommen. Die kosten 3,99 Euro. Und, ihr Süßen, ihr Lieben, es gibt neue Blöcke. Und der Eck schneid jetzt nachgezogen. Der Teddy hat es, glaube ich, vorgemacht. Und zwar sind das die 30x30 Blöcke. Das ist Metallic Look. Die kosten 2,55 Euro. Ich blätter die jetzt relativ langsam durch. Wen es nicht interessiert, schaltet aus. Wer gucken möchte, guckt. Es sind 30 Blatt drin und 230 Grammatur. 2x15 Designs und eins ist metallisch und das andere nicht. So, das ist einmal dieses hier. Ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Das sind immer so ein paar Elemente, die silbern sind, wie jetzt hier, bis da oben. Und das andere Blatt nicht. Die andere Seite ist komplett weiß. Und für 2,55 der absolute Knaller. Das ist der eine. Das ist der nächste. Das ist der erste. Das ist das. Das ist der nächste. Das ist das. Die Motive sind hier vorne aber eigentlich alle drauf. Ich zeige es euch mal, weil bei dem zum Beispiel, da ändert sich die Farbe ein bisschen, wenn es bedruckt ist. Es sind schöne Motive drin, es sind aber auch Motive drin, wo ich finde, sie sind sehr, sehr kitschig. Aber da ist ja jeder Geschmack anders und da kann jeder selbst entscheiden, ob es für einen das ist. Das ist jetzt dieses Blau und das ist halt das Ohne. Also das ist schon doch ein bisschen ein größerer Unterschied. Hier, glaube ich, auch. Hier ist es grün. Und dann wäre noch dieser. Entschuldigt. So ein bisschen schwarz-weiß angehaucht mit Silber und Gold. Jetzt ist natürlich der Rest. Und dieser. Das war's. Habe ich noch mehr? Nein, habe ich noch. Ich habe noch einen extra holen. Den machen wir jetzt nicht. Ihr Lieben, schönen Abend und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.